Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Ja, es hat gedauert. Ich erkläre jetzt hier warum, solange nichts kam. Ich war ein bisschen angepisst. Allgemein, es werden auch gleich Informationen für das Turnier kommen. Aber erstmal möchte ich etwas sagen. Mein Minecraft Let's Play, also mein kleiner Ozean, der ist verpackt. Ich habe mich hier bei Optifine, ich habe es einfach mal gemacht, gucken ist Optifine noch drin, nein, Optifine sogar noch draußen. Auf jeden Fall gibt es bei Optifine so ein nettes Knöpfchen, was so heißt, die Settings resetten. Ja, habe ich gemacht. Und plötzlich sah ich nichts mehr. Kein Block war mehr zu sehen. Eine neue Optifine-Version hat nichts gebracht. Einstellungen resetten, Mods neu. Also es hat wirklich die Welt kaputt gemacht. Dann habe ich es hinterher doch irgendwie geschafft, dass die Welt dann doch geladen wird. Aber dann waren Chunks weg. Der Chunk mit unserem gesamten Lager war weg. Es waren sehr, sehr ungünstig. Sag ich mal. Und ja, ich überlege mir schon ein neues Projekt. Ich habe jetzt eine Welle geschmollt. Weil sowas ist natürlich sehr ärgerlich. Wenn plötzlich seine Welt weg ist. Ich musste mir auch angewöhnen, einfach ein Backup zu machen. Das funktioniert sonst nicht. Ja gut. Aber jetzt kommen wir einfach zum Turnier. Ich finde es schön, dass sich einige gemeldet haben. Ihr, die euch gemeldet haben. Vielen, vielen Dank bisher. Wir kriegen schon einige zusammen. Wenn ihr vielleicht noch ein paar andere habt, wäre das ganz schön. Start des Turniers, dachte ich mir, verschieben wir auf nach Weihnachten. Also im Januar. Die erste, ja, die erste Januarwoche, also am 5. Dezember, äh, Verzeihung, am 5. Januar, werde ich ein Video hochladen, unter das ihr dann eure Programme posten könnt. Beziehungsweise müsst, wenn ihr mitmachen wollt. Das Ganze wird dann etwa eine Woche. Habt ihr Zeit, das Programm da reinzubringen. Am darauffolgenden Montag. Das ist dann der, weiß ich gerade nicht. Also der Montag nach dem 5. Da werden wir, äh, werde ich halt ein Video schneiden, in dem die einzelnen Programme gegeneinander antreten. Ihr werdet auch in dem Montagsvideo genau erfahren, was ihr machen müsst. Um zu erfahren, ob ihr überhaupt, ja, Grundkenntnisse habt, genügend. Hier habe ich ein kleines Beispiel aufgebaut, woran ihr gerne trainieren könnt. Wir haben hier einen 4x4-Steinblock. Der keine Angst hat, wird nicht im Turnier vorkommen. Vielleicht als Einstieg oder so, keine Ahnung. Dieses 4x4-Klötzchen, sag ich mal, müsst ihr mit einem Turtle, also natürlich mit einem, je nachdem halt, am besten einen Spitzhackenturtel. Ob nun Advanced oder nicht, ist vollkommen egal, natürlich. Müsst ihr dieses ganze Ding abbauen. Jetzt kommt aber der kleine Haken dabei. In der Mitte befindet sich ein 2x2-Feld Wolle. Seht ihr das? Ah, Verzeihung. Hier sollte auch Wolle sein. So, also die Wolle ist einmal so von Stein umsingelt. Diese dürft ihr dann nicht abbauen. Also wenn ihr sowas machen könnt, also dass der Turtle hier so lang fährt, was weiß ich, so. Ohne, dass ihr die Wolle kaputt macht. Dann seid ihr wirklich in der Lage, beim Turnier teilzunehmen. Viel größere Sachen werden nicht kommen. Es geht halt dann meistens darum, wer es schneller, exzellenter löst oder sowas. Mit weniger Code auch teilweise. Aber um die Code-Länge müsst ihr euch wirklich keine Sorgen machen normalerweise. Das ist Minimalpunkt. Es geht halt größtenteils um Geschwindigkeit. Also wenn ihr sagen könnt, Turtle, Lauf, so und so, dann wird das schon funktionieren. Also ihr könnt ja ein bisschen fleißig üben bis zum Januar. Weil auch jemand dabei war, der halt erstmal wieder ein bisschen reinkommen muss. Ich hoffe, ihr entschuldigt das Let's Play. Es wird aber dafür was sehr Schönes kommen. Ich hab mir gedacht, ich, da ich sowieso neu anfangen muss, wird ein Let's Play mit sehr vielen Computer-Craft-Elementen kommen. Also mehr als davor auch natürlich technische Mods wie Industrial-Craft und sowas. Sonst bringt in der Computer-Craft nicht allzu viel. Aber ich hab auch schon ein paar schöne Erweiterungen gesehen von Computer-Craft, die dann reinkommen. Und wir werden sehr viel mit Computer-Craft machen, glaubt ihr mir. Da habt ihr auf jeden Fall viel was davon. Ja, viel davon. Oder auch immer. Ich komm grad von der Arbeit, entschuldigt. Also, ich hoffe, ihr habt so lange Geduld. Übt fleißig Computer-Craft. Ich freu mich schon auf eure Anmeldung. Fragt einfach noch ein paar Freunde und zwingt sie, brutal mitzumachen. Umso mehr, umso besser wird's natürlich. Der Gewinner wird auch einen kleinen Preis gewinnen, den ich natürlich hier nicht sagen werde. Ja, es gibt einen Preis. Einen Sachpreis, sag ich jetzt einfach mal. Ja, Sachpreis. Ihr werdet schon sehen. Also, wünsch ich euch viel Frohes Schaffen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt immer schön Bambus. Euer Paragon. Und tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018